Herzlich Willkommen zu SimCity Build It. Und heute spielen wir mal wieder eine kurze, knackige, kleine Runde SimCity Build It. Ich hatte ja in der letzten BattleCats-Folge gesagt, dass ich, ähm... Wie hieß das? Dass ich einfach Survival Games zocken werde. Das tue ich jetzt nicht, habe ich beschlossen, ja. Weil ich es angezockt habe, um zu gucken, wie es ist. Und da habe ich gedacht, oh scheiße. Ich spiele jetzt in SimCity. Nice! Und Nasch? Gibt ihr auch schon vom Sound? Stirbt ihr vom Sound? Ja, ich schon. Okay, Leute. Wir sind jetzt hier dran. Ne? Wir bauen das hier jetzt weiter. Wir bauen hier richtig schön viel weiter. So, so, so. Ganz cooles LP hier. Okay. Ich halte mal meinen Schnauz. So, eine Bonus-Troh öffnen wir einfach mal. Nägel, Dankeschön, Dankeschön. So. Ja, ganz gerne tue ich das doch so. Watch this game. Levelaufstieg! Nice! Heiß! Okay, Leute, wir haben Mineralstoffe freigeschalten. Okay, Leute, wir haben jetzt die Mineralstoffe freigeschalten. Wir haben jetzt goldene Schlüssel. Ja, damit können wir, glaube ich, auch neue Sachen freischalten. Woher? So, Mineralien. So. Ja. Mal sehen hier. Dankeschön fürs Einkaufen. So. Jetzt gehen wir hier an der Handelszentrale und schauen rum. Hier, kaufen direkt mal schon mal die... Wie hieß das? Keine Ahnung. Mineralstoff. Genau, Mineralstoff. Alter, ich finde das immer so schade einfach. Das ist so ein geiles Potenzial, das was zerstört nämlich. Guck mal, wie unkreativ kann man beim Stadtbau sein? Wie unkreativ, bitte. Ne? Das ist einfach so unkreativ beim Stadtbau. Wie unkreativ kann man sein? Wirklich. Also, das ist ja wirklich so unkreativ. Ich meine, ich habe auch bei anderen Leuten gesehen, die haben halt auch einfach nur so ganz gerade gezogene Straßen. Das finde ich so scheiße unkreativ, ne? Also, jetzt, ne, wirklich, das ist... Das fuckt mich einfach extrem ab. Ich bin jetzt hier wieder da. So, in my city, in my city. So. Okay. So, ein Hammer. Tschüss. Mach ich nicht. So. Wir haben es jetzt wieder ganz gut ausgeglichen. Einführung der Clan-Kriege. Zeig mal. Weiter, weiter. Was springt für mich dabei raus? Weiter. Neue Disaster-Karten, SimCast, Semelions und Tempo-Momaten. Wow, klingt super, ich bin dabei. Genau, das ist mal eine Simulation. Ein lustiges Spiel für die Clubs. Wir haben alle Berechnungen abgeschlossen für die Regeln, sind ausgearbeitet. Die verrücktesten Disaster- und Seen schon bald zur Verfügung stehen. Und was passiert dann? Das ist ganz einfach. Bürgermeister-Clubs können einander für den Krieg erklären. Es geht darum, den Disaster aus verfeindeten Städten auszulösen, whatever. Man braucht das Regeln und Teamarbeit, um zu gewinnen. Und alle aktiven Spieler werden dafür belohnt. Und ich kann es kaum erwarten, die Belohnungen abzusammeln, abzusammeln, whatever. So. Huh, nice. Clip-Krieg erfordert Bürgermeister-Club-Haus, ja? Das ist wahrscheinlich das Bürgermeister-... Ne, Westkampfzentral ist das das Bürgermeister-Club-Haus? Bürgermeister-Club. Ich brauche Level 18. Leute, wenn wir Level 18 haben, dann gehen wir definitiv zum Bürgermeister-Club-Haus, okay? Okay. Weil, das müssen wir, diese Features müssen wir ja komplett ausnutzen. Checkt ihr, was ich mal mit ausnutzen? So. Wenn das Spiel schon sowas Geiles bietet, dann müssen wir es auch im Let's Play zeigen, natürlich. Weil, äh, dann ist das ja kein Let's Play, ne? Okay, Upgrade. Ja, dann zeige ich mal her. So, 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 nichts fertig. Okay, wollen wir neue Häuser bauen? Mal sehen, mal sehen. Feuerwehr. Ich brauche eine neue Feuerwehrstation. Okay, ich würde dann mal sagen, wir bauen... Leute, wisst ihr jetzt, was ich machen will? Ich will hier so ein bisschen... Ich will hier auf diese Seite weiterbauen. Also, ich will hier neben diesem Bürgermeister-Haus, ich will halt hier so ein bisschen weiterbauen. Okay, aber das war's dann schon mit diesem Video, Leute. Äh, in der nächsten Folge sehen wir dann, wie wir das weiterbauen. Oder ich würde sagen, wir bauen schon mal das, das, die Straßen. Und dann bauen wir in der nächsten Folge die Häuser. Ist das so ein guter Deal? Ich denke mal schon. So. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Ja, so passt das. Ich habe einen Fehler gerade gemacht. So, wegmachen. Okay, Leute, ähm... Jetzt geht die Aufnahme wieder weiter. Kurz einen Crash gehabt. Okay. Machen wir, machen wir das hier so. Okay. Ja, jetzt bin ich hier der Unkreative beim Bau. Nein, Spaß. Ich werde es so machen. So, dann können wir da Feuerwehr etc. machen. Und hier habe ich auch einen Fehler gemacht. So. Nee. Doch, so. Doch, okay, so ist gut. Aber wartet, wartet. Ich brauche noch das. Und dann, Leute, dann würde ich sagen, haut rein und... Alter, bei mir klingt es natürlich okay. Tschaui. Hehe.